Weihnachten ist vorbei, nun muss man die Folgen der Feierlichkeiten zum Jahresbeginn abwarten. So Landeshauptmann Arnold Kompatscher im Landtag in Bezug auf die aktuelle Lage der Verbreitung des Coronavirus in Südtirol. Er forderte dazu auf, weiterhin die geltenden Hygienemaßnahmen einzuhalten und erklärte, dass man dabei sei, Kriterien auszuarbeiten, denen zufolge man schärfere Maßnahmen im Fall einer Zuspitzung der Lage einführen könne. Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann hat hinzugefügt, dass tausende Tests täglich durchgeführt werden und dass man mit den Impfungen begonnen hat. Zuerst werden das medizinische Pflegepersonal und die über 80-Jährigen geimpft. Rom hat aber den Weg freigemacht, auch andere Risikogruppen impfen zu können. Die Opposition hat mehr Unterstützung für die betroffenen Betriebe gefordert und eine Sensibilisierungskampagne für die Impfungen. Nachdem das Plenum dem Vorschlag Roms zur Ernennung von Staatsrat Thomas Martat zugestimmt hat, wurden die Vorschläge der Opposition bearbeitet. Abgelehnt wurde unter anderem der Antrag der Demokratischen Parteibürgerlisten zu einem Impfplan und einer Impfpflicht für das Gesundheitspersonal. Der Antrag der Südtiroler Freiheit mit den Südtiroler Kreditinstituten in Kontakt zu treten, damit ausstehende Kredite zeitlich begrenzt aufgeschoben werden können. Der Antrag von Enzian zur Zurücknahme der Corona-Einschränkungen Der Fünf-Sterne-Bewegung zur digitalen Umstellung der Verwaltungsdienstleistungen auf die App.io Der Freiheitlichen zur Förderung Südtirols als attraktiven Standort für Pflegeberufe Ein Nein kam auch zum Gesetzentwurf von Team K zum Schutz der periferen Krankenhäuser. Laut Landesrat Wiedmann sind diese schon gestärkt worden. Angenommen wurde hingegen der Vorschlag der Grünen, nachdem die Landesregierung die Verwendung der Gelder aus dem EU-Recovery-Fund dem Landtag zur Überprüfung und Ratifikation vorzulegen hat, und der des Team K die Radwegverbindung zwischen dem Radweg des Landes und der Gemeinde Leifers baldmöglichst in die Wege zu leiten. Der Antrag von Alto Adige nel Cuore Fratelli d'Italia, die Leihmutterschaft als Straftatbestand, zu verzeichnen, auch wenn ein italienischer Staatsbürger im Ausland von dieser Gebrauch macht, wurde vom Antragsteller vertagt, da ein entsprechender Gesetzentwurf vorgelegt werden wird. Von den Vorschlägen der Mehrheit wurde der Antrag von SVP und Freiheitliche zur rechtzeitigen Planung der Kinderbetreuung im Corona-Sommer angenommen. Interessierten Organisationen, Vereinen und Verbänden soll die notwendige finanzielle Unterstützung zur Durchführung ihrer Programme zur Verfügung gestellt werden. Angenommen auch der Antrag der SVP, dass die Landesregierung das Konzept der Schattenwahlen für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren initiiert durch den Südtiroler Jugendring flächendeckend fördern möge. Mit 18 Ja, einer Nein-Stimme und 15 Enthaltungen wurde auch der Gesetzentwurf der Landesregierung zur außeretatmäßigen Verbindlichkeit angenommen. Die nicht veranschlagten Ausgaben betrugen 250.000 Euro im Jahr im Vergleich zum Landeshaushalt eine fast zu vernachlässigende Summe.